Hallo und herzlich willkommen. Unsere Marketingberater hätten uns gern etwas glamouröser, etwas werbewirksamer. Aber sind wir ehrlich, Power Response Training ist neutral, unbestimmt und zwecklos. Es ist nicht greifbar und wird alleine für sich genommen schnell langweilig. Interessant wird es erst, wenn wir zu euch kommen, an euren Arbeitsplatz, in eure Wohnung oder auf den Sportplatz. Sobald wir die Chance haben, euch die flexiblen Power Response Leitlinien in eurem Umfeld zu zeigen, haben wir gewonnen. Denn dann bringen wir den Power Response Flow in eure Abläufe. Wir sind erst zufrieden, wenn euch die Arbeit leicht von der Hand geht und ihr dynamisch, effizient und reaktionsschnell agieren könnt. Nachdem wir die körperlichen Grundlagen gelegt und eine solide Power Response Basis etabliert haben, begleiten wir euch in die verschiedenen Lernfelder. Dort geht es um Transformation, Change, Führung, Wandel oder um Achtsamkeit, Regeneration, Burnout, Nachhaltigkeit oder Bewegungs- bzw. Arbeitsabläufe optimieren, Workflow und Dynamik und Deeskalation, Selbstverteidigung, Konfliktlösung, Fitness. Das Gute für euch ist, dass wir nicht abstrakt an eure Themen herangehen, sondern sie in euren Arbeitsabläufen Sicht und spürbar machen. Wir zeigen euch vor Ort und ganz praktisch, wie ihr achtsamer, kommunikativer und situationsgerechter anpacken könnt. Weil wir die Themen mixen und die Vorgehensweise mit euch absprechen, sorgen wir für wertvolle Synergieeffekte und setzen die Akzente dar, wo sie später auch gebraucht werden. Ihr seht also, am Ende erfüllt unsere Zwecklosigkeit ihren Zweck. Denn unbestimmt, ambivalent und reaktiv können wir vorbehaltlos um die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden kreisen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln. Falls ihr mehr über unsere attraktiven Angebote für Firmen und Betriebe erfahren wollt, könnt ihr uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Anfragen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis bald! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020